Wir sind hier in Greifswald, in der Stadt, in der Caspar David Friedrich 1774 geboren wurde. Ich nehme Sie jetzt mit in die Gemäldegalerie des Pommerschen Landesmuseums. Hier haben wir die größten Schätze, die Originale von Caspar David Friedrich. Die Farben, die Oberfläche, das Leuchten dieser Bilder, dieser theaterhafte Himmel, das können Sie nur am Original erleben. Da ist natürlich jedes ein unglaublicher Schatz. Es ist klasse. Und wir haben nicht nur die Gemälde, sondern auch die originalen Schauplätze hier, wie zum Beispiel die Kloster in der Elden. Untertitelung des ZDF, 2020